Wenn Sie in Amerika sind, wo rauchen Sie da denn? Überall. Nein, das kriegen Sie nicht hin, Herr Schmidt. Überall. Sogar im amerikanischen Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette, aber wie Sie sehen, hat es mir nicht geschadet, ich lebe noch. Ja, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette, aber wie Sie sehen, hat es mir nicht geschadet. Ja, ich bin beinahe abhängig von der Zigarette, die ich hatte. Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr für den Besuch, für das Gespräch, alles Gute Ihnen und wenn wir jetzt eine zusammen brauchen, ich will keine mehr, meine das sind alle. Für diesen Fall trauen Sie auch eine ganz normale, eine gute, wenn wir Glück haben, in der Nacht, frisst der Tor für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017